So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Wir sitzen hier, wollen ein kleines Ausbau und Video zum Community Day aufnehmen. Bei mir ist es jetzt 15.45 Uhr. Der Sea Day läuft von 14 bis 17 Uhr. So lange könnt ihr spielen, so lange habt ihr Zeit. Mit den 4er Rates könnt ihr das sogar noch verlängern. Seit geraumer Zeit reicht es mir aber, immer von 14 bis 15 Uhr unterwegs zu sein, eine Stunde spazieren zu gehen, Challenge mit Pupsi zu machen. Wer fängt das erste Shiny, wer fängt das letzte Shiny, kurz vor 15 Uhr? Und wer hat die meisten Shinies gesamt gefangen an dem Tag? So, früher war das anders. In Hildburghausen ist man drei Stunden im Kreis rumgerannt, hat sich komplett fertig gemacht. Mittlerweile, auch bei diesem Sea Day hat es mir aber gereicht, einfach nur eine Stunde spazieren zu gehen. Wie sieht das bei euch aus? Wie spielt ihr Sea Day? Macht ihr auch gemütlich? Seid ihr die, die voll Gas geben? Oder seid ihr die, die sagen, ich spiele den abends erstmal in Australien, dann spiele ich nur in Zaragoza zu unserer Zeit, dann spiele ich nur nochmal in New York abends, nehme da alles mit. Ich warte immer, gerade weil ich auch die Forschung geschenkt bekomme von den Zuschauern, bis der Sea Day bei uns ist und löse die Forschung im Stream. Wir haben von 14 bis 15 Uhr auch wieder gestreamt. Den Stream könnt ihr euch angucken. Der war diesmal richtig genial. Denn zwischen euch war so eine Phase, da kam ein Shiny nach dem anderen reingeflattert. Das fand ich richtig brutal. Und ich habe meine eigens selbst erstellte Route abgelaufen. Ich habe vor zwei Monaten eine Route erstellt, die zum Sea Day dann da war, die ich abgelaufen bin. Und wollte ja gucken, ob wir eine Zygarde-Zelle finden. Deswegen der letzte Sea Day war Routine, weil wir die Route abgelaufen sind. Dieser Sea Day müsste eigentlich den Titel tragen. Dieser Sea Day war Zygarde. Oder dieser Sea Day war mit Zelle. Aber ich habe nicht nur eine Zygarde-Zelle gefunden. Ich habe zwei Zygarde-Zellen gefunden, weil ich zwei verschiedene Routen im Park abgelaufen bin. Und beide Routen haben eine Zygarde-Zelle abgeworfen. Dieser Sea Day war mit Zellen. Klingt aber total blöd. Dieser Sea Day war Zygarde. Ich glaube, das wird der Titel für diesen Sea Day sein. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wir haben also 14 Uhr angefangen. Der Bonus war ja richtig genial. Dreifach Staub. Das erfreut die meisten Leute gleichzeitig. Ist es ein Starter, was die meisten Leute noch mehr erfreut. Dann kommt Kajutsu am Ende raus, wo die Leute erst recht Bock drauf haben. Und es ist auch komplett neu als Shiny eingeführt worden. Ist ja in letzter Zeit nicht so gewesen. Da waren viele Pokémon dabei. Die sind bei bestimmten Events vorher released worden als Shiny. Man hat das Shiny schon gehabt. Man hat ein Hunderter vielleicht schon gehabt. Man hat einfach nur gespielt aus Spaß an der Freude. Dann waren Z-Days dabei. Die gab es schon mal. Die wurden wiederholt und wieder wiederholt und wiederholt. Wie schicki alles. Aber auch das hat Spaß gemacht. Und diesmal war mein Ziel, einfach nur drei Shinies zu bekommen. Den Hunderter habe ich gehabt. Bonbons hatte ich voll. Ich wollte einfach nur dieses neu eingeführte Shiny bekommen. Drei Stück für die Familie. Die werde ich auch gleich hier live entwickeln. Habe ich geschafft. Und jetzt kurz nochmal zum Ablauf. Während ich hier fange. Ich kann mich nicht mehr so schlecht konzentrieren. Wenn ich gerade gleichzeitig was anderes mache. Wir haben gestreamt. Genaya war auch im Stream anwesen. Hat er auch ein bisschen nebenbei gespielt. Theoretisch hat Genaya das erste Shiny bekommen. Denn sie hat geschrieben Shiny. Dann eine Sekunde später kam bei mir ein Shiny. Hat geglänzt. Und dann zehn Sekunden später war es bei Pupsi soweit. Pupsi hat auch gesagt Shiny. Trotzdem bei dem Battle. Ich gegen Pupsi. Habe ich das erste Shiny bekommen. Punkt also an mich. Beim letzten Shiny war es so. Wir haben uns dann kurz getrennt. Weil ich wollte die zweite Route noch ablaufen. Für die zweite Zigaretzelle. Und schauen, dass das passt. Pupsi hat gesagt, sie hat 54 oder so noch ein Froxy bekommen in Shiny. Das nächste dann 15.03 Uhr. Aber das ist ja nach unserer Zeit. Ich hatte 15.55 Uhr eins bekommen. Als letztes. Hannes hat gesagt, da kommt bestimmt noch eins. Ich habe ja gehofft, dass in den letzten fünf Minuten noch eins kommt. Da kam eins. Und 59. 15.59. Äh, 14.59. Kam noch eins. Damit steht mir der Punkt für das letzte auch noch zu. Ich weiß jetzt leider immer noch nicht, wie viele Pupsi überhaupt hat. Irgendwie habe ich das während der Fahrt heimwärts gefragt. Jetzt habe ich es. Entweder hat sie es gesagt. Ich habe es schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Ich glaube aber auch, der Punkt für die meisten Shinies geht an mich. Denn ich habe eigentlich alles, alles abgeräumt. Alles mitgenommen. So, wir werden jetzt die paar, die hier sitzen, noch kurz fangen. Dann gucken wir mal in den Beutel rein. Dann entwickeln wir die Shinies mal durch. Gucken, wie viele Shinies es waren. Bewerben auch die Shinies mal. Und nehmen 100er mit, was wir dann hochziehen. Ich könnte mit dem 100er natürlich warten. Also das einfach entwickeln. Aber hochziehen am Montag bei Max Out Monday. Ich werde das aber jetzt heute im Ausbeute-Video einfach direkt mitmachen. Wenn ich die Möglichkeit habe und das passt, dann kann ich das ja im Ausbeute-Video mitmachen. Dann ist das Ausbeute-Video noch genialer und zeigt noch mehr komische Sachen. Hier war jetzt kein Shiny dabei. Das haben wir auch schon gehabt, dass wir unterwegs nur vier Stück gefangen haben. Und dann, wenn du heimgekommen bist, hast du im Sitzen hier, in den zehn Pokémon, die das sind, noch mal vier Stück bekommen in Shinies. Ich gebe jetzt erst mal XXL ein. Denn das fand ich auch interessant. Ich habe diesmal wirklich darauf geachtet, falls ich ein großes bekomme, ein XXL. Es läuft nämlich auch wieder Showcase mit Quajutsu und mit Froxy. Drei Stück könnt ihr setzen. Sechs XXL habe ich bekommen. Das ist dieses hier mit 0,48 Größe. Das ist 0,48. Das 0,45. Das 0,49 ist ein Shiny. Ein XXL-Shiny. Dann hier 0,48 und hier 0,52 als größtes. Wenn wir die jetzt mal kurz bewerten wollen, falls euch das interessiert. Das hat ein Stern. Das hat Null Sterne. Das hat drei Null. Also auch Null Sterne. Drei Graue. Das auch. Das auch. Das auch. Dann wäre von den Bewertungen her das hier irgendwie das Beste. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sich das zusammensetzt. Ich glaube, Schilling hatte mal was erzählt. Haben mir andere erzählt. Ich habe es selber nicht geguckt. Aber es entscheidet wohl nicht nur die Größe und das Gewicht, sondern auch das Level und die IV. Dass das alles zusammen eine Formel ergibt, die berechnet die Punktzahl, wie viel das im Showcase erreicht. Also, es reicht nicht, wenn ihr das Größte von der Größe habt. Wenn ein anderer was hat, was ein bisschen kleiner ist, aber eine viel bessere Bewertung, kann er trotzdem vielleicht mehr Punkte erreichen im Showcase als ihr. Ich habe ein paar gesetzt. Das sieht man hier. Ich bin jetzt wieder mal dreimal auf Platz 1. Ich sitze mit Froxy zweimal. Einmal mit Shiny. Einmal mit Normal. Und einmal mit Kwa-Jutsu. Denn Kwa-Jutsu-Showcase ist möglich. Froxy-Showcase ist möglich. Dann können wir mal kurz schauen, wenn wir Alter 0 eingeben. Und Froxy. Wie viele wir heute gefangen haben. Froxy. So, plus Entwicklungen. 224 Pokémon in der einen Stunde habe ich gefangen. Das höchste... Das höchste... Ne, das niedrigste ist das mit WP12. Das höchste kommt hier oben irgendwo mit 790 WP. Das ist das höchste, Froxy, was ich gefangen habe. Wir werden gleich uns um die Shinies kümmern. Aber erst mal gucken, wie viele Shinies von Froxy überhaupt da sind. Geben wir also Froxy ein. Erst schillernd. Dann Froxy. Das sind alle Froxy. Ich habe insgesamt 17 Shinies bekommen. In der einen Stunde. Und das finde ich mega krass. Ich hatte C-Days dabei, wo ich in der einen Stunde 4 Stück bekommen habe. Und jetzt habe ich einfach 17 Stück bekommen in der einen Stunde. Auch hier werde ich wieder die WP sortieren. Gehe auf das Größte. Und das Größte möchte ich einmal durchentwickeln von Froxy zu... Am... Ambi Diffel heißt doch das andere wieder. Am, 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 am Fizzle. Wir haben das ja vorhin darüber lustig gemacht. Da seht ihr mal, wie viel Ahnung ich habe, dass ich nicht mal weiß, wie das heißt. Am Fizzle, Ambi Diffel und Ambi Diffel nicht verwechseln. Und weil das das Höchste ist, werden wir das jetzt komplett durchentwickeln und machen ein Kawaiutsu draus. Es ist halt immer voll schwer, wenn du hier sitzt und auf Aufnahme drückst und das alles One Take aufnimmst. Wer macht denn das schon? Die meisten, die kommentieren zwar drüber, schneiden das aber zusammen und sprechen die Sachen hunderttausendmal ein, bis alles sitzt. Ich sitze immer hier total angespannt. Muss das dann am Stück mit einmal voll hier reindrücken. Jetzt haben wir ein Kawaiutsu, was das leichteste und kleinste ist. Also damit wirst du keinen Showcase gewinnen. Sieht aber... Ich weiß gar nicht. Sieht das cool aus? Also ich habe von den meisten gehört, die gesagt haben, oh, das Shiny ist voll genial. Ich finde bei Raikwasa das Schwarze, das sieht irgendwie edel aus und passt. Hier ist das Schwarze ja so matt. Das ist ja richtig verkohlt schwarz. Also ich glaube, da gefällt mir eigentlich. Es sieht auf jeden Fall anders aus. Ist besser als bei Froxy, die Shiny-Farbe, dass das halt einfach ein bisschen heller ist. Hast du wenigstens dann beim Kawaiutsu einen richtig enorm krassen Unterschied. Hier auch wieder leichtestes. Also haben wir das jetzt so entwickelt. 17 Shinies. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Also wir wollten sie auch mal bewerten, wie gut die waren. Gehen wir hier mal kurz durch. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Jetzt haben wir es weggedrückt. 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 1. Kein 3 Sterne Shiny-Dewi, leider. Und jetzt geben wir mal noch ein Froxy und 4 Sternchen. Und da haben wir hier ein Kawaiutsu, was schon auf Level 50 ist. Wir haben einen am Fizzle. Wir haben einen Froxy und wir haben ein weiteres Froxy. Und wir werden einfach das Höchste der beiden Froxys jetzt nehmen. Nochmal durchentwickeln, dass wir einen 100% Kawaiutsu mit der Sieder-Attacke haben. Und dieses jetzt auch nochmal maxen. Wer jetzt schlau ist, könnte unter die nächste Max Out Monday Folge natürlich schreiben. Froxy und am Fizzle. Weil die Bonbons sind ja da. Also Kawaiutsu ist Max. Die Bonbons wären theoretisch da, dass man Froxy und am Fizzle auch noch Max-t. Dass diese Familie irgendwann komplett voll ist. Ich werde das jetzt hier komplett hochziehen. Mit Aquahobitze. Das passt. Kommt auf 3001. Haben wir vorhin schon gesehen. Könnte ich das andere eigentlich wegschmeißen, oder? Muss ich das andere wegschmeißen, damit ich die nicht doppelt habe. Hebt mal beide auf. Was würdet ihr machen? Eins wegschmeißen, eins aufheben. Aber wir haben hier ein Männchen und hier ein Weibchen. Also heben sie mal beide auf. Beide Level 50. Das passt ansonsten. Ja, sonst gibt es glaube ich nichts weiter zu sagen. 17 Shinies. Drei Viecher im Showcase, die gerade alle Platz 1 sind. Ich habe leider vergessen beim Kawaiutsu-Showcase. Ich hätte das größte Froxy nehmen müssen. Hätte das zu Kawaiutsu entwickeln müssen und dann in den Showcase setzen. Ich war so wild beim Draufdrücken, dass ich es einfach gesetzt habe. Und dann erst gemerkt habe, es ist Kawaiutsu. So hat er es dann ein zwischendurch entwickeltes Kawaiutsu genommen. Was jetzt nicht wirklich groß ist. Also manche kommen da an mit 700, 800, 900 Punkten im Showcase. Meins ist bei 500, 600 oder so. Das ist halt nicht so krass. Da kann sich noch einiges tun. Ansonsten läuft das C-Day noch ein bisschen. Hier ist noch eine Quest. Mich hat es gewundert, dass so wenig Quests dabei sind mit Fange 3 Froxy. Und du kriegst wieder ein Froxy raus. Es waren viele dabei, wo du Bälle bekommen hast und andere Sachen. Ich kenne das eigentlich, dass fast jede Aufgabe 3 Pokémon fangen ist vom C-Day. Und dann wieder das C-Day Pokémon aus der Quest bekommen. Aber ist egal. Das war es auf jeden Fall. Das war mein Froxy C-Day. Meine Ausbeute. Ein 100er auf 50 gezogen. 17 Shinies mitgenommen. 6 XL mitgenommen. Müssen wir es mal kurz andersrum noch machen. Müssen wir mal kurz noch nach XXS suchen. So, und jetzt ein Shiny XXS. Das kleinste haben wir nämlich auch noch mitgenommen. So, nehmen wir das mit, mit PvP-IV. Ich weiß nicht, ob das PvP-mäßig irgendwas macht. Ansonsten seht ihr hier sowieso meine XXS Pokémon. Guck mal, Grisilia ist auch dabei. Ach, ist das süß. Der Rest ist egal. Ignorier den Rest. Das war es. Schreibt mal eure Ausbeute rein. Wie habt ihr den C-Day gespielt? Wie lange habt ihr den gespielt? Spielt ihr immer noch 3 Stunden? Nur eine? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? In einer Stunde mal runtergerechnet. Ich glaube, ich habe mit einer Stunde mehr als manche in 3 Stunden. Und das finde ich schon richtig krass. Das war es von meiner Seite aus. Morgen fahren wir in Urlaub. Deswegen gibt es morgen auch kein Chill mit Ramses. Ich werde ein paar Premieren schalten die Woche. Oder andere Sachen machen. Und ihr werdet das schon sehen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.